Und nun? Was soll ich sagen? Guten Tag! Ja und nun? Keine Ahnung! Happy Birthday! Und da ist ein Törtchen. Törtchen voller Leckerli. Ich will mal deine anderen Sachen packen. Das muss ich auspacken. Was pack ich, glaube ich? Das, was hier ist? Das gehört zu einem Geschenk. Das gehört zu einem Geschenk. Das gehört zu einem Geschenk. Das kommt ein dritter Schwamm da. Das weiß ich doch nicht. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Kann man ja immer so rauchen. Kommt gar nicht raus. Orange in... Oh mein erster grüner Tee. Ja, du wirst gucken. Das ist mit auf dem Video, das ist scheiße. Ich... Ich... Zartekerl. Also ich habe schon ein bisschen Kokos getrunken. Das ist nicht ganz so... Das ist mir nicht. Der Spätscher vom Verweig. Wir haben ja nicht vorhin mal gewollt. Hm? Haben wir nicht vorhin mal durchgebracht? Ja, ja. Wir haben so viel. Deswegen habe ich ähm... Den noch dazu. Ich dachte, ich passt sonst. Und Waschzeug! 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 Aber nur wenig. Kann ich ja nicht sein. Ob ich ziehe oder will. Ist das langsam? Kann man. Es geht ja gar nicht aufmachen. Ich leide so an Manu. Papier ist süß. Ist zwar eigentlich Kindergeburtstagspapier, aber egal. Ich stehe ja nicht drauf. Irgendwie war mir das klar. Dankeschön! Wie gesagt, du musst alles haben, wo Aurora draufsteht. Ja! Klasse! Danke! Du bist so schön. Na dann, stürz dich mal auf deine... So, das hier ist von Jutta. Ja! Chaos, weil... Tja, ich denke, das zusammen auch mit... Kopfzehintus. Keine Hunde. Es geht nicht auf! Ich hätte es halt auch schon auspacken können. Ist ja noch Geschenkpapier drauf. Ja. Nicht die Adressezeichen. Obwohl die auch auf meinem Blog steht. Das ist ja überwürdig. Kärtchen, Kärtchen. Geht ab, Kärtchen. Okay, es ist ein Amos-Wieber, als ich dachte. Aber es ist genial! Sie hat es noch ja nicht ausgepackt. Aber ich steh drauf! So! Ich bin gerne mal gespannt. Ruff! 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 Oh, das fühlt sich aber lustig an. Ruff! Ruff! Wieder eine dicke Schwarte mehr für den Supp. Ruff! Ruff! Oh, heute kann ich das wieder eigentlich nicht mehr für das Wunder. Ruff! Ruff! Ich strafe dir erstmal an! Ruff! Ruff! Ich schenk aus! Ruff! 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 Hätt ich ja nicht gedacht. Ich dachte, ich hab dich da selber einfach. Ruff! Wer nicht das erste Mal! Was geht das denn jetzt hier? Oh Gott! Ich brauche doch eine Schere. Ich kann das doch jetzt hier nicht. Doch, das geht doch nicht. Jackie kriegt das alles hin. Was ist das denn bitte? Das sind Socken! Soll das Pferde sein oder was? Ich weiß nicht! Kinderkuschelsocken! Danke! Du wackelst! Jetzt stirbt er aber noch! Ja, wirklich! Das ist eine Tasse! Eine Tasse, eine Tasse, eine Tasse ist immer! Tasse! Ich habe so wenig Gläser. Oh! Ich habe wieder ein... Da steht ja gerade der Preis drauf. Eine reduzierte Tasse, wo du mir gedacht hast. 1,95 reduziert. Sieht genauso aus wie wenn du kaputt gegangen hast. Nur dass die... Apo so ähnlich. Mit weiß ist wie die andere Ohren. Oder was? Das ist doch dieses Papi vorher. Musst du drehen! Und nicht in meine Richtung! Hup! Was machen denn die Kerzen? Zum anderen Richtung! Ah! Vorsicht! Vorsicht! Mach mal lieber die Kerzen aus! Juhu! Jetzt hast du wieder Staubsaugen! Toll! Ist doch was anderes noch außer Konfetten? Ja, mach mal nochmal einen! Mach mal nochmal einen! Kein Feuerler! Ne! Nur Fusselzeug! Ja voll! Es fliegt überall in der Gegend rum! Das ist aber nur sowas, hm? Einmal Müll! Da kommt keine Bücher rausgeflogen! Eine Wärmflasche? Also schenkst du mir eine Wärmflasche? Ach! Kissen! Komm! Das ist sicherlich! Warum war mir das klar? Oh, mein Herz! Ich hab ein neues Handy! Mit Tasten! Sehr schön! Ein Handy mit Tasten! Mit Tasten! Mit Tasten! Sehr schön! Ein Handy mit Tasten! Mit Tasten! Mit Tasten! Wo schiebt man denn? Da! Da war's! Bewegt dich! Huiiiiii! Schick, schick! Muss man nur ausprobieren! Dankeschon! Der traut sich nichts zu sagen, merkst du das? Mhm, schweigt.